So, ola Leute, ola, ola, keine Ahnung wie die, also ich komme wieder aus Barcelona hier, deshalb wieder mal eine neue Begrüßung und wir haben jetzt hier Revolo dabei. Aham, 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 aham. Willkommen, Revolo, aus Österreich. Ja, das musste jetzt erwähnt werden. Unbedingt. Er hat jemand abgeschmackt. Er ist extra zu uns geflogen. Der Revolo hier ist ein sehr OP-Spieler. Ja, jetzt mach ihn vorher noch Druck. Ja. Er hat Skin. Ich habe einen Rame. Und hat sich mit Rialpunkts, äh, Samenraben gekauft. Ja. Genau. Mit 18.000 Rialpunkts. Habe ich nicht verdient, das habe ich mir gekauft. Ja, viel Spaß, Garantop, Urs. Ich? Was? Ja. Nein, Miro Lane. Waaah. Oh Gott, nein. Miro Lane. Miro Lane. Bot Lane. M-m-m. Ich sagte, ich hätte lesen. M-m-m. M-m. M-m. Moment, ich weiß gerade gar nicht, was abgeht. M-m. 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 Aber die haben High Pink. Nicht zum Essen. Ja, und du bist am Schmatzen und das ist voll ekelhaft. M-m. 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 Oh, mein Bruder schreibt, bist zurück aus Frankreich. Nein, ich bin schon zurück aus Spanien. M-m. Der Bär ist nämlich voll der Globetrotter geworden. M-m. Er geht immer in die Gay Puffs. Feinfühlig, wir haben Witrunnen. M-m. 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 die wir schon er ist ein Tiger aber erweckt den Tiger du bist ein Tiger Prozent wie hieß noch mal die Frühstücksseriale die ich jetzt namentlich nicht nennen möchte waren die das mit... ne doch stimmt und es gab noch eins genau Lion ja Lion ist was anderes Lion Serials das wollte ich schon immer mal essen das schmeckt gut ich hab das gegessen kann es auch sogar trocken essen Lurina hat die noch nie gegessen? nein ich will unbedingt, ich liebe ja Lion so als Schokoriegel sei bereit den Preis zu zahlen 2,89 für so eine Mittelmeer sei bereit den Preis zu zahlen so jetzt geh ich einmal einkaufen was kaufst du die jetzt? sei bereit den Preis zu zahlen das ist das worauf wofür ich dann immer zurückgeschreckt bin einmal muss man es machen dann kriegst du Fruit Rings für 2 Papier ja ist ok wir wollen jetzt keine Werbung für irgendwelche Waren machen muss ich dir kein Geld für bekommen Warte ich mach Pro Action ja komm komm ne ich chancke Re 아니고 Rebo, wenn du das jetzt schaffst... Rebo, wenn du das jetzt schaffst... Das macht er sicher nicht. Es war kein Kessel sein Jungle, weil er zu gucken muss. Ja, muss ich ja auch gleichzeitig, aber Luina macht das schon. Deswegen Blue mit Speer. Schaffst du nicht Rebo, das schaffst du nicht. Warte, ich komm jetzt runter und parallel den Blue weg. Dann fäng ich mal mit dem Blue auf an. Doch. Nein, 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 nein. Doch, doch steht gut, steht gut. Was meintest du, Rusty? Jetzt musst du nach Gefühl. Oh, jetzt bin ich fast aufgeschoben. Weg, Luina! Achso, okay, danke. Jetzt, Rebo. Er ist schon tot. Ah, super, Versage. Er hat umsonst gekauft, sag ich nur. Nein, da steht jetzt rein. Was soll ich mir als nächstes kaufen, Rebo? Schildkröte? Ja, Schildkröte. Wie spiel ich Udi eigentlich? Ich muss doch immer alle nacheinander direkt aktivieren, oder? Mit E ranrennen, dann Instant Coup. Und, äh, dann gucken, was passiert. Okay. Antelian und Skin. Antelian und Skin, ja. Sag ich Respekt vor der Lane. Aber solange der muss rechts geworden ist, können wir uns eigentlich nicht viel anhaben. Und dann im nächsten Spiel weitermachen. Okay. Okay. Ich hab den Messie noch nicht. Ah, scheiße! Da muss ich flashen. Das ist doch besser, wenn ich den Q-Spell immer wieder aktiviere, oder? Wenn der auf Q-Spell ist, ja. Ja, gut. Ah, ich seh schon, ich krieg hier mal so einen Stack. Super! Ich muss immer, immer klicken. Wen haben die eigentlich im Jungle? Ja, ne, Sklaven! Alter! Good job! Good job! First Blood Future hat First Blood geholt. What? Alter! Indirekt! Ey, wie glaubst du früher immer, wo ist die Gagli? Hauptsache nur in First Blood, ne? Ja, ich hab First Blood geholt. Bitches! Macht mir das nach! Krass! Das ist keine Kunst, Future, um so First Blood zu holen. Doch. Als nächstes den Bären, äh... Oder den Phönix. Bär oder Phönix? Äh, lass Phönix komplett außen vor, und da vote ich für. Lass für hinterher... Ach, den Phönix? Ja, genau. Mach Ulti auf Level 2. Ulti? Hm. Weil der verbraucht aber viel Mana, der Udi hat. Kann das sein? Ja, wenn du greifst, dann spams schon. Das ist schließlich wichtig, dass die auch Mana zu finden, wenn du an greifst. Ja, richtig. Boah, das war ja schon klar. Boah, das war ja schon klar. Das ist ja schon was. Und äh... Weißt du, es stehen hier so anderthalb Creepwaves, und ich hab das ganze... Ey, da flasht der und hüpft an mich ran, um mich zu killen. Aber richtig nice gemacht. Das passiert nicht nochmal. Ich helf dir nicht, Rebo. Ja, warte, ich sparte die Warn für hier auf. Wir kommen eh nicht aus dem Stand hier raus. Ja, aber trotzdem. Ich wollte ja helfen. Ich war jetzt wegen Überlane und viel. Du wolltest mir helfen? Ja, ich hab dir gerade geholfen. Okay, cool, danke. Creep. Ja, ja, kein Ding. Affe. Nur wieder gerne. Soll ich mir den Geisterstein holen oder Madrid Schnitter? Schnitter. Hey Mama! Revolo. Schnitter. Schnitter? Schnitter. Nicht den Stein? Nein, nein. Kriegt doch die Henne! Okay, ich hab jetzt den Schnitter geholt. Ja! Nicht die Henne. Nein! Ja! Nein! Nein, nein! Nein, ja, nein! Alter, guck euch den Gsin an, bitte! Nein, hab keinen Flash! Mach das aus. Kannst du ihn noch schießen? Schieß dich hier irgendwo hin! Nein! Ja, nicht zu viel, äh. Na denn, Busserführer? Hätte ich jetzt Flash gehabt, ne? Wenn das nicht ist er gewesen. Fair Sarger! Gott! Fair Sarger! Rebo, du kommst noch klar oben? Ab Mitte? Ja, ja. Bei mir muss nicht tanken. Nicht? Keine Kills machen. Nein, nein. Gott, kein Problem ist was. Börschen, du kannst dich voll auf Runden konzentrieren. Jetzt kommt's... First, ja, sag es! Sag es! Nein, nein, nein! First, ja, sag es! Nein, nein, nein! Oh, 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 oh! Garren Mist, ne? Achtung, Mitte! Sollen wir mal drauf? Oder? Nein. Okay. Ich zeig mal Präsenz. Ich zeig jetzt auch Präsenz. Ich zeig jetzt auch Präsenz. Du gehst immer den Gleis von dem Schwarzen an, äh, hier. Was heißt Gleis? Diese Rede von dem Schwarzen an, der war richtig gut. Äh, was heißt noch, wie der hieß? Ja. Was heißt denn, ja? Sky oder so. Ja, Sky hieß, ja. Okay, dann schaut euch den Gleis von dem Schwarzen Sky an. Nein! Ich wollte nur warten! Gut Job! Das wollte er aber nicht. Ja, fickt doch die Henne, äh, Ecksäcke. Na. Aber, aber. Fiss. Hm. Future, ich komme gleich runter. Ich komme gleich runter. Vorsichtig, Alter. Die fisten uns hier. Ja, weil ihr sie viele. Deshalb fisten sie euch. Wenn Action geht, dann wahrscheinlich hab euch die... Urst. Ja! Genau! Ja! Ja! Oder so. Guck's dir an! Ach, Marc. Sag doch was. Das hat auch nichts gemacht. Doch, das hätt was gebracht. Wenn einem Tower wäre es, hätten die natürlich auch... Pass auf! Pass auf! Oh, ich bin falsch schlecht zum Tappen. Was mach ich jetzt? Super! Ey, du kannst kurz das gehen. Äh, ich brauche... Die Katze. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, nachträglich nach 200 Gold ich das bekomme. Schmeckt mir. Los, du dich jetzt! Ja, ich bin jetzt auch noch angekommen. Amumu, Amumu. Präsenz, Präsenz! 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 Alter, ich hab's verpasst, weil ich im Shop rumhing. Du hast aber einen Support gekauft. Ja, voll geil. 200 Gold. Ja, leider kam das eine Heal nicht an, wenn sein Support geht. Glaubt ihr, ihr Schafft Amumu? Mach die Mumu. Hier, Amumu! Oh, wie die Schwach. Lauf weg, Präsenz. Ne, bringt... Ja, der hat den Flash. Ich auch. Okay, das ist nicht nice. Der IQ muss ich den noch stunnen, aber ich hab dir Präsenz gezeigt. Ich brauch den Punch-Kabaf. Ja, okay. Krieg's gleich. Was für Boots soll ich mir holen? Na gut. Du musst auf jeden Fall wirklich... Ich bin fast an 3er Boots. Bin fast an 3er Boots. Ich würde sagen, die 3er. Was, was sind Morbos? 5er. Welche Boots soll ich mir holen? 5er. Äh... 5er Boots? Blue oder so. Ja, die kommen zum Blue. Die kommen zu unserem Blue. Die Xen und... Ja, dann los ist es. Oh, ist Action. Da, na, 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 na. Oh, okay. Nein, 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 nein Die Schau Haben da gerade Nidalee schwer geflogen von oben? Ja, schaff's doch Da ist er Blubuff Ok, und da ist noch mehr Da ist noch mehr, da ist noch mehr Ja Nidalee und Amumu, warte mal Der Amumu ist Level 6 Und lol you man Oh nein, die will gleich nicht mehr werden Vorsicht Nidalee ist da Wow sie hat meinen Blubuff getroffen Ich will das für den Blubuffs draus machen Ja, dann mach ich den Mach den mal, ich bin mal weg Nein! Du bist da rein Ja, scheiß auf den Blubuff jetzt Revolu, was machst du? Sie hat sich mit mir angelegt, sie wollte einen Spirit Duel Ich hab's gesehen Ich wollte doch nicht erst mal einen Heal geben So scheiße Revolu, hey Du bist so ein Drecksack Ich bin doch mal scheiße Oh nein, der hat mich weggehauen Der Penner Ähm Ja In die Falle, in die Falle Doch Ich wollte doch nur meinen Blubuff Cory Wir sind zu langsam. Hast du Red Buff? Äh, ich geh auf Warbox, ne? Ist er ignited? Ja! Du kannst den Tiger vorm Schlagen. Ehe hinterher. Jetzt wieder Tiger. Ja, kriegst du, kriegst du, kriegst du! Ich weiß! Geh da sterben, du Boss! Boah! Da war er schon. Da hat er jetzt schon den Finger auf den Erd. Ob ich mir jetzt Ninja Tabi hole für den Schall? Oh nein, der Mumu! I can see you! Blubuff! Ja, Blubuff, komm! Ja, Blubuff, komm! Du musst nur den Blubuff haben und nicht 3 killen! Gut Job, Wurst! Halt die Klappe, Bürsti! Schaffst du das? Nein! Wow, hättest du fast geholt, oder was? Ja, der Dreier schoss. Ich hab nicht gedacht, dass auf einmal so ein Damage kommt. Und ich wollte den nur draufsetzen, den Dreier einfach. Ist okay, ist okay, ist okay, alles okay. Leute, alles. Gechillt. Wieso kaufe ich mir diesen Scheißstein, damit ich warden kann? Und ich kaufe nicht drei Warden. Oh, Revolu, Revolu, Revolu! Junge, was machst du? Ja, oder? Ich hab Ulti ab. Wo ist er? Wie sie die Wölfe getroffen hat. Wo ist er? Irgendwo im Jungle. Und in die Falle! Außen tötet sie, tötet sie, bam! Ultis drauf! Nein, oh mein Gott! Lol, you mad! Da kommen alle grad. Na, kommen grad alle. Ja, laufen, laufen, laufen. Oh, ich bin jetzt Level 6. Nein, nicht mich, nicht mich! Ich hab eh aufgelöst! Lolololol, so tot! Nein! 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 Ich bin doch noch so jung! Revolu, Alter! Du bist doch... Ich geh kaputt, ey! Ich geh kaputt, ey! Ich hab wieder einen Kill bekommen! Wie? Und jetzt das... Und jetzt das... Nooo! Lol, you mad! Ach du Scheiße! Revolu! Und deswegen hab ich gesagt, ich mesch's an den Nidalee sehen! Jetzt der Revolu in der Hood! Frank! Der Freak Kill für mich wieder mal! Unwert war! Lol! Ich bin read lol! Alter! Was ist das für ein confusedes Spiel, Was ist das für ein Video? Ich komm... Ja nur Revolu kölchen und wieder... Dort ist jetzt mal... Nein! Und... Ah, Shit! Jetzt Sperra. Triff! Schale! Und so eine OP, autodexauf Tower. falneh走! Hey, ich hab voll die Mörder-Probleme. Ich hab voll die Dusty-Probleme. Ich hab 32. Weil immer wenn ich mir ein Dusty holen will, muss ich dafür sterben. Wurst? Irgen mich einfach nicht. Keiner mag dich. No no no. Sollen wir? Ja, da sind drei Dusty, die will ich haben. Ich geh mal deren Blue machen. Macht euch bereit, mir zu helfen. Nein, hier ist es geworden. Ich muss... Aua, trappen. Garren miss. Wir werden uns jetzt wieder fisten. Prekill. Good job. Ja, anhält. Nein, ich komm noch nicht mehr dazu, meine Ulti zu machen. Good job, Rusty. Danke, danke, jetzt muss ich aber unten helfen. Ja, gutes Ulti, gutes Ulti. Noch ein Schuss. Ja. Na 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 na. Dann kann ich wieder weg, ey. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Wer ist gewartet gewesen, ne? Na 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 na. So ein Anschalt, die geht's jetzt. Ja, der kommt. Wer kommt? Er jumpt, er jumpt, er jumpt schwer! Na 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 na. Wo ist denn er jumpt? Hier, bei mir. Bei dir? Hast du ihn gesehen? Ja, ja, der ist hier neben mir. Wo? Ist hier? Ist hier? LoL. Hat er noch mal Glück gehabt. Du hast noch nicht mal, dass er einschalten kann. Irgendwie bang war ich tot. Das kann nicht sein. Äh, ich muss mir wohl Warmox kaufen. Ja, ja. LoL, you mad. LoL, Revo, wie hast du ihn? LoL, da muh. Nein! Äh, Revo, du kriegst hier 50€ dann nach dem Spiel, ne? Das ist Revo. Das ist Revo. Das ist Revo. Was auch Bürste, ich hab 2000 Gold. Ja, dann geh weg. Aber der lacht über meinen Schaden. Der lacht einfach nur drüber. Ja, dann geh doch nicht mal so nah ran. Ja, ich muss ja irgendwie an Creeps kommen. Ich hab 36. Das ist ja nicht so, dass du ein Fernkämpfer bist. Der gab uns nur an den Creeps. Ja, und er kann halt Chargen mit seinem Kack, eh. Das Problem. Lusti! Ja? Rekill. Okay. Ich hab aber keine Mana mehr. Ich bin noch nicht da. Ist ja nicht schlimm. Ich hab ein Rücken. Weg zurück. Pass jetzt drauf, so, 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 aus uns 4. Will wenigstens 3, 3 Lastes haben. Hotline Pantheon, Mist. Da ist er wieder. Am Mumu kommt zu euch Leute weg. Okay. Wer ist Leute? Komm auch zu euch. Unten Leute. Auf der Botte sind wir. Auf der Botte. Auf der Botte. Auf der Botte. So, ich habe jetzt Wiggles. Was hol ich mir nach Wiggles? Okay, mein Plan ist jetzt, ich geh ran, helfe sie an, sterbe, krieg zwei Assists. Super. Weil Revolu da mit auf dem Weg ist, oder was? Ja, richtig. Da ist er nicht. Hm. Pass auf Revolu, hier ist Amumu irgendwo. Ja, ich habe ihn gerade gesehen vorhin. Okay, jetzt darf ich hier jetzt nicht reingehen. Der killt uns sonst. Willow, Willow, Willow. Der Busch. Hm. Ich geh mal kurz hier bei der Niederlehe Präsenzzeiten. Da ist es Amumu. Lauf. Da ist es Amumu. Und der kämpft eigentlich. Das andere Lauf. Das andere Lauf. Das andere Lauf. Boah, ich mach dir ja mal kaum Schaden, der Ollen. Ja, das wäre ein indirektes Go gewesen. Also ein Lauf, im Sinne von. Ähm. Ruba. Dragon, ne? Oder? Manche machen keinen Dragon. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Nein! Da kann ich nicht helfen. Nein! Habt ihr das? Alter, geflasht und trotzdem noch gestunt. Was ist das denn? Hurenpisse. Sorry. Gott. Kuh. Oh nein, Revolo! Weg! Lauf, lauf, lauf! Und Tower Hits. Ich... Nein! Ich glaube nicht. Schade. Da will ich es wissen. Oh, die machen uns gleich... Warte, lass mich dir hin. Was soll ich mir nach meinem Item hier kaufen? Seele des uralten Golems? Äh, ich würde ernsthaft Shurelias bauen, oder? Was ist denn Shurelias nochmal? Das Item, was ich eigentlich sofort verkaufen muss. Ja, die ist klar. Aktivierst du und dann flitze. Ja. Schurelias... Ach, Shurelias Träume, das ist doch voll der Supporter, Alter. Ja, und damit wirst du schneller und kommst schneller und Gegner da hin. So, voll bare so. Äh, ist Urest noch da? Ich seh den irgendwie gar nicht auf der Map. Der ist grad gestaubt. So, die siehst du gar nicht mehr auf der Map. Der stirbt drauf. Ja, Garen halt, ne? Oh, was? Ja, ja, Garen. Wurst hast du dich grad nicht zum Tower gepostet? Na klar, mein Teleport, äh... Was soll das? Es geht ja poolern. Achso, nur die Hälfte. Kannst du nicht stunn oder so? Weil der ist ja voll schneller als ich. Ich bin doch ein Bär. Da brauchst du ne Katze. Das einzige, was wirklich geiles gegen Garen ist, äh, Diana. Sollen wir am Tower ganken? Ja, voll gefischt. Ich glaube es nicht. Alter, das ist doch nicht wahr, ey. Lass mich in Ruhe. Was für der krasse Kombi, ihr. Ihr seid einfach nur extrem am Feeden. Äh, ne? Du weißt schon. Ja, das hat nix mehr mit Kombi zu tun. Wir haben ja nicht nur Absicht, du. Ja, ich weiß, aber trotzdem seid ihr am Feeden. Feeden kann man auch unabsichtlich machen. Ja, aber du musst dir einfach vorstellen, die springen drauf. Ja, ja, aber das kann man trotzdem nicht einfach. Sin macht irgendeinen Attack und du bist tot. Ich weiß. Deshalb muss man auch was. Nein, mitten in den Clusterfuck. Ach, komm schon. Das war jetzt zum Beispiel dumm gestorben. Das hätt ich nicht sein müssen. Das hätt ich nicht sein müssen. Ja. Bei dir. Revolu, aus Hilfe? Halbwegs. Rufig. Okay. Das nicht mehr. Rufig, dass ich einfach mal... Also alleine schau... Nein, sag mir doch mal, dass der da zu low ist. Möchtest du richtig hart abkotzen gerade. Das... Nicht... Amomo. Und? Aua. Inka hat mich getroffen. Ja, ein Specker. Ich glaub ich hole mir Metas hier, Alter. Ja, ich hole mir sowas von Metas. Dies ist unser Weg. Hätt's hier vor 18 Minuten holen müssen. Ja gut, vor 10. Und Speer. Jetzt denkst du, dass ich da bin. Aber die... Jetzt ist da ein Wort. Waffen sind für die Schwaffen. So 7, ne? Doch. Angenehm. Gleich hab ich die 50 Lars jetzt geknackt. Kann man... Kann man mich sehen lassen. Oh, dieses Game ist so schön. Alter, ich bin einfach nur tot. Die ganze Zeit. Oh nein, oh nein. Wie, 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 wie. Lauf, mach dann schnell den Scheiß an. Alter. Hast du den ja? Du hast das natürlich Asos noch nicht. Hab ich ihm einen Arsch gerettet? Super, danke, danke, danke. Das war alles super getimed. Das sollte so pro aussehen. Ja. Oh, hier ist Garen. Hier ist Garen. Nicht! Was tust du? Ich bin low! Ja, nicht drauf! Ach, nicht drauf! Sag das doch! Was tust du? Ich bin low! Nein, Urs, ich bin... Urs, ich bin... Urs, ich bin weggelaufen. Du hast gesagt nicht. Du bist drauf gerade. Nein! Ich bin eh von ihm weggegangen. Doch, du bist auf den Zugang, hast ihn gestunnt und bist dann verweckt. Nein! Bist du doof? Urs, ich bin... Nein, nein. Ich bin ja erstmal auf den Zugang. Wir haben doch alles auf der Aufnahme hier. Ja, ich bin zurückgelaufen. Da kommt die Szene noch. Lass uns einfach mal auf den Tower jetzt konzentrieren. Ich hab gesagt nicht auf ihn drauf. Oh Gott! Nein, du hast gesagt nur nicht. Du kannst in der Aufnahme später hören. Ich zeig dir doch die Szene. In der Pfade. Wir sind richtig in der Dumm... Oh Gott, da kommt Panzion, da kommt Panzion, da kommt... Er wird mich wieder töten! Hilfe! Ich geb eh kein Geld mehr, von daher... Urs, du, du Schirm. Bla 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 bla! Hauptsache keiner hilft mir hier! Ja ist doch keiner mehr da, der helfen könnte. Rebo hat dir auch geholfen, er hat einen Sperr geworfen. Oder Louina! Jaa... Die ist auch nicht mehr da! Ich bin froh, dass wir halbwegs überlebt haben. Richtig, ich hätte auch bleiben können und sterben können. Soll ich das jetzt regeln? Nein, lieber nicht. Mach wohl Digga. Oh, nice. Das ist besser als der. Fuck you! Was geht denn mit Pantheon ab? Basti, hör auf zu Fienden. Willst du mich verarschen? Schau dir mal unsere zwei Fienden an. Zwo, acht. Das ist konstruktive Kritik. Ja, bin ich auch stolz drauf. Ich geb kein Geld mehr. Du bist auch stolz drauf, wenn du ne Bauchbinde falsch setzt. Und die dreimal nacheinander kommt. Gebe ich trotzdem 150 Euro? Nein, jetzt nicht mehr. Erst wenn wir gewonnen haben. Gott, ey. Unser Blue ist ab, ihr lacht. Da hab ich echt mal gezeigt, wie man Catelyn spielt. Zum Glück hab ich das nicht auf der Aufnahme. Erst komplett alles kaputt fienden. Und dann auf einmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Das ist mein Plan. Was für ne Frosch? Ja, du warst erinnerlich erst in Frankreich. Du musst jetzt wissen, wie so ein Frosch aussieht. Ich war zweimal in Frankreich. Ich bin ja, als ich nach Frankreich gefahren bin, bin ich ja einmal den Weg gefahren. Dann bin ich nach Barcelona gefahren und bin genau denselben Weg gefahren. Ich bin heute noch mal weiter nach Barcelona. Ja gut, ich weiß die. Also sehr häufig am Autofahren. Ja, das waren 24 Stunden Autofahrt plus das minus Gedöns. Ich war oft am Autofahren. Als Beifahrer natürlich. Hast du gut gebeifahrt? Ich hab gut gebeifahrt. Unsere Instinkt. Sehr gut. Weiter machen. Ja, die Tower ist dann halt weg. Boah, jetzt. Meine Chance. Meine Chance. Meine Chance. Meine Chance. So, so und ficken. Hier niederle, niederle, niederle. Ja, die kriegen wir eh nicht. Da steht ja noch die Tower. Können wir die Tower kriegen oder battle in den Tower defen? Ja, dann müssen wir den Tower jetzt kriegen. Ja, die Def-Funktion hat sich eben erledigt. Oh, ich hab drei Assets bekommen. Möchte ich anmerken. Lass uns durch den Tower jetzt wollen, ja. Die kommen jetzt aber alle, ne? Fuck the police. So, und jetzt können wir wieder gehen. Ich bin tot, ich spür's schon. Warum das denn? Warum bist du tot? Keep inside my heart. Sollen wir drauf, oder? Nicht. Die haben hier überall awarded. Nein, nein, die zerflücken uns. Deren Supporter awarded. Gang ist ab. Ja, frag ich mich aber auch. Dragen ist ab. Ja, frag ich mich aber auch. Dragen ist ab. Ja, dann los, komm. Dragen. Dragen, komm, Dragen jetzt. Darf man nicht mehr? Hast du gesmitet? Nein, wie denn? Ich hab keinen Smit. Das schafft Börschen, glaub ich. Ja, was bitte. Wir werden alle sterben. Egal. Nee, nicht auf mich. Arschmumu. Nein, 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 die mögen keine Gaitlin, ich weiß es. Und die mögen auch mich nicht. Ja, ey. Hat irgendwen schon Radias? Ja, Xen, genau. Future, lauf einfach, lauf, lauf. Hast du Ulti? Ja, bin dabei. Ich hab gleich noch Pantheon-Ulti. Ich hab keine Mana leider. Okay. Ja. Revolu, jetzt komm, jetzt. Ein Kill. Ey, da ist mir halt sofort eingetrodelt. Kann leider nicht mithelfen. Gut gemacht. Jetzt nochmal ein Fall. PENTA-KILL! Da kommst du nicht davon, Karen. Ohne Scheiß, ey. Easy. Gott, ich weiß nicht, ob ich mich schämen soll oder ob ich mal lachen soll, aber das Spiel ist echt feierlich. Äh, Revo, hast du einen Vorschlag, was ich mir machen soll? What? Fuck your future. Oh, that's a nice Creefer. Äh, Nina, Vorschlag für deine Items. Das wär... Äh, ich warte, ich muss mir mal Schuhe kaufen. Ja. Und dann können wir erklären, warum ich so langsam bin. Und what? Also ich würde dir Schuhe empfehlen. Ja. Aber ich bin ja auch gegangen, deswegen bin ich auch so langsam. So, so. Ja, 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 ja. So, nach Shurelias kaufe ich mir was? Ja, Shurelias habe ich auch. Kannst du auch damit? Frosthammer. Frosthammer, okay. Ah ja, stimmt. Okay. Hast du gehört? Ja. Ne? Shurelias haben wir jetzt zweimal? Nice. Ja, kein Ding, ne? Ne, das ist gut. Wir können es auch fünfmal haben. Theoretisch, aber... Ich würde mir lieber Warnungs kaufen. Äh, Bot Lane Tower. Wäre nett, wenn einer mehr... Die pushen nicht wie Gott die ganzen Tower. Ist nicht gut. Nein, das ist wirklich nicht gut. Ja, kein Ding, drei Leute in der Mitte. Hääääää, ja. Jawohl! Ich bin dabei, Urs. Ich mach nur noch keinen Schaden. Alter, ich mach gar keinen Schaden. los ja und da weiter ich habe keinen red puffer sonstiges wenn sich jetzt unentscheid und mich angreift bin ich am arsch also schuhe was soll ich mir dann kaufen kauft der locket solaris locket amulette eisernen solaris ja ok gut das hatte ich schon in der hand gehabt und kurz überlegt gerund soll man weg gehen das ist eins gegen eins keine ehre jetzt ein paar creeps die ist kaputt ich habe hier meine line er ist nicht eingesetzt race look really good ich zeige euch jetzt etwas ich zeige euch jetzt ein geräusch das im teamspeak immer alle leute sehr nervt boah was ist das fabgeräusch hier hat sich den creeps teil richtig in die backentasche wirft nein ich hab die backentasche wirft us magst du nicht mal hier den typ platt machen warum ich will farm versager ein winder fahrer wende verraten aber hier ich brauche hilfe ich brauche hilfe 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 umweg den kriegst du nicht alleine kannst du voll knicken laufen hörst den auch jetzt ich mach ruhig oder langs laufen na 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 er kommt doch ohne weg aber ich komme jetzt nicht wie stun ihn in 3 Oh, da unten ist er schon. Ohhhh! Euch Ulti! Ja, ich mach Ulti! Ja! 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 Nein! Ja! Nein! Die kommen zu zweit hier auf Zona! Ich bin bekloppt! Ich will den haben! Warum ist denn der so schnell der Penner? Lauf! 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 Nein! Drei Leute! Ne, krieg ich nicht mehr! Ich bin weg! Ich bin weg! Human! Nein! Nein! Alter Revo, hör auf! Jetzt ist er am Arsch! Und nein, Pantheon! Du bist am Arsch! Ja, bin ich auch! Ja, du bist am Arsch! Ich bin alle drei Leute auf Zona! Immer auf die Strachen! Revo! Wärst du mal mit dem? Pantheon Ulti ist raus, ne? Ja! Sind gerade alle Revo am Chasen, ne? Ja! Ja! Oh! 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 Scheiße! Ich bin tot! Lauf! 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 Ne, ich bin tot! Ja, mit dir rede ich auch nicht! Getrollt! Du bist trotzdem gut! Von der anderen Seite kommen die anderen! Ja, komm! Komm! Mach! Ja, noch zwei Sekunden! Lauf! Ich bin gesilenced! Ich hasse es! Ja, ich komme jetzt! Dankeschön! Ich war mit E noch weg und in dem Moment zeichnest du mich, der kleine... Ne? Nudenjagger! So! Da steht 27 bis 28! Meine Freundin! Ich auf 17 Kills! Ich trage! Future? Oh! Jetzt mach bitte ich das Tor! Da haben wir auch irgendwo drei zusammengeschwommen! Ich mach die Mitte dafür schnell! Jo! Hammer! Wir bräuchten mehr als... Mach mal... Ja, genau! Urst, Juhi, GG! Wie dem Amumu das scheißegal ist mit dem Tower, ne? Hauptsache Free Talon Strike 1166 Damage! So, drei Schläge! Ach so, der hat das Schwert angemacht! Nein! 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 Lass mich! Hilfe! Danke! Alter, genau vor dem Ignite noch, ey! Das war ein Sperrtausend Damage! Alter, die machen Dragon! Die machen Dragon! Ja, dann ist das so! Ich bin nicht dabei, ne? Na gut, ich bin doch dabei! Wohl! Ich hab... fühlst du für Langste Land? Nein, nein, nein! Fuck, fuck, fuck! Ja, ich auch, ich hab aber keines... Warte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja! Höh? Lauf, lauf, lauf! Hör ja keiner mehr! Ähm, ich hab ein Problem! Ja, ich weiß! Machst du den! Die anderen haben jetzt auch alle, lauf! Ich hab mich schon vorhin eingesetzt! Mach's doch mal! Du bist tot! Du bist tot! Ja, nein! Ach, da kommt Niederlein! Ich hab das für unsere Niederlein! Stop! Ich bin nicht rot! Ja, ich weiß! Nein! Oh, Alter! Wollen wir jetzt mal versuchen, anfangs richtig zu spielen? Das versuche ich an die ganze Zeit, traurigerweise! Ach so! Also Leute, ich hab jetzt ne Pro-Taktik, passt jetzt auf! Eine Pro-Taktik? Pro-Taktik, die kennt keiner aus mir! Funktioniert in jedem Normal-Game! Jetzt geht's los! Jetzt kommt's! Surrender! Scheiße! Meine Pro-Taktik gecountert! Oh, fuck! Kannst du defenden? Ja, vielleicht! Nein! Oh, fast tot! Ulti! Niederleben, Mark! Boah, jetzt spinnen! Ich seh's nicht! Ich muss nicht reagieren! Hier, top! Ja, meinst du nicht, die hat sich gehealt? Boah! Boah! Alter! Jetzt ist vorbei, jetzt ist zappen-duster hier! Zappen! Hat der SOTD angemacht und meinte, er könnte mich killen, der Lappen! Was hat er angemacht? Das Schwert! Ach so! Sag doch Schwert! So, Leute! Meine Taktik, geht jetzt los? Du müsstest defenden! Äh, wie behindert's Blutbruch oder was? Oh, oh, hier! Ja, nur Scheiße, wenn er auf dem Blick am U-Hu findet! Ich komme! Also, ich werde nur ne halbe Stunde brauchen, bis ich da bin! Los! Kein Speer! Schön! Komm, hier oben, hier! Revolo! Lass mal zu! Okay, die Scheiße sind schon, wir machen das hier! Alter! Habe ich? Habe ich? Ja! Das war der Klaus! Einfach Tau! Hast du nicht verdient, so wie du gefeidet hast? Ja! Komm schon, ich brauche! Ich muss irgendein Eisens kommen, sonst will ich nicht kommen! Leute, Leute, schnell! Kommt her! Kommt her! Kommt her! Ich bin dabei auf Pantheon! Okay, jetzt auf Garen! Bleib schön im Multi-Strain Garen! Hier! Ignite! Das ist richtig! Oh! Ist ok, Revolo! Ist ok! Wenn das die Pro-Taktik ist, dann bin ich damit voll konform! Das kann man so weitermachen! Revolo, mach einfach alles alleine! Ja, vielleicht zurück in die Base-Gain! Ja, ich bin auch der Finger! Äh, der Revolo sucht übrigens ein Team! Ja, ich bin auch der Finger! Ja, ich bin auch der Finger! Ich bin auch der Finger! Und dann zwei Schrelias! Und dann weg! Und jetzt ein Schrelias! Boah! Luina sollst nicht zurücklaufen! Du sollst zu uns kommen ein Schrelias einsetzen! Und tot! Ja, da kann man als Einzelschicksal keine Rücksicht schaffen! Ist gut, ist gut! Ich defend jetzt wieder! Ich geh top lane! Wir können übrigens fokussen! Der kann nichts! Der hat keine Rüstung oder so! Achso, aber der tötet! Er killt halt nur instant! Aber er frisst auch gut! Die können mich auf jeden Fall nicht quillen! Alane! Die brauchen ca. 3 Leute für mich! So, dann fang ich jetzt auch mal an! Drehmt die Edge zu machen! Achso, Vormox! Achso, Vormox, Alter! Bin voll die Ninja-Cat! Brauch sowas nicht! Ninja-Cat! Kauf dir noch Ernstengel! Ja! Nein, brauche ich auch nicht! Wollen wir mal vorliegen jetzt was mit! Ernstengel ist eigentlich schon zu spät, würd ich sagen! Cut drauf! Und Blubuff! Und Paschka-Buff! Erzengel... Guck mal, wenn du Erzengel einsetzt, ne? Und dann halt... Oh, das ist ein gewickeltes Scheiß-Ding! Und dann spergelst! Ja, das Schwert hat er jetzt! Verspendet! Er hat keinen Burst mehr! Du kannst ihn killen! Da creeps, geil! Bot Tower! Brauchen wir noch einen beim Bot Tower? Ja, komm mal, genau! Kommen wir jetzt auf alle! Überlege so! Oh Revo, wenn wir jetzt einfach nur Geroffe-Stompt werden! Ohne Revo hätten wir andere Gegner bekommen! Ja gut, das stimmt auch wieder! Hate me! Ohne Revo wären wir besser drauf! Oh, super Revo! Gib ihm schön 500 Gold! Alter! Ja! Ich dreimal angesetzt, dein Quick bekommen, du Arfe! Leute, ich bin dafür, dass ihr mitleam pusht, wenn die alle Top-Lean sind! Bei BotL haben wir schon zu Ende gepusht, da können wir nichts weiter machen! Wir werden die... Versteht ihr, was ich meine? Nein! Oder wir Deffen top! Weil die da auch jetzt auf kurz oder lang kommen werden, oder? Ja, geht ihr Deffen? Ich pushe! Passt auf, dass ihr zusammen sterbt! Irgendwann... Luna, geh mal weg! Ich komm weg! Wo soll ich denn hingehen? Alleine die Niederlehe, oder was? Ja, wir gehen nach oben! Versteht zusammen! Dann können wir die Niederlehe vielleicht versuchen! Ohne, da ist noch Garen! Die machen wir auch, komm! Ne, ich bin der 15! Geht ganz außen rum! Ich hab ganz viel Leben! Ich habe kein Leben! Du tankst einfach mit AP! Ich kann... Wie war das? Ich kann nicht in die Base rein, aber ich kann aus der Base raus mit denen, ne? Wo kriegst du denn? Niederlehe macht nichts, die ist um dich! Warte, schwele, schwele jetzt! Aaaaah... Das wär so schön gewesen! Pantone ist Botlane, der ist total useless! Niemand muss Botlane befinden! Ja! Äh... Niederlehe sollte Botlane befinden, hab ich gerade so gedacht! Leck mich! Uuuhuuuuh! Ohhhhh! Nein, nein! Wer ist da? Wer ist da? Zinn! Zinn! So Remo, was soll ich mir jetzt kaufen? Ich bin dabei! Ähm... Der ist noch rechts weg! Na, nicht auf mich gesehen! Das kannst du voll knicken! Ich hab' ihn gestunnt! Nein! Himmel! Ich meinte das ernst mit dem Pantheon, ne? Achso. Ja, ich geh weg. Hat jemand Teleport? Ich teleportier mich grad. Nein, ich mein, mit Teleporten müssen wir von direkt da erscheinen. Ich teleportier mich grad. Das ist weiter pushen, ja. Versuch den irgendwie nur zu deffen, um nicht irgendwie zu killen. Was, ich soll ihn nicht killen? Ja, wenns klappt natürlich, aber nicht so tryhard jetzt komm ich kill den, sondern eher ich def den Tower. Ne, ich kill den jetzt. Ja, könnte sogar klappen. Wo ist denn der jetzt hin, der Bastard? Ja, der ist ulti weggesjumped. Klingt wohl im Jungle hier. Mieser Bastard. Oha. Langsam kommt aber Schaden. Ja, da kommt Schaden, da kommt Schaden. Ich brauchst den Blooper für. Ja, komm schon. Pass auf, pass auf. Da kommen grad alle zu euch. Yes, ich bin in game. Jetzt werd ich laufen. Jetzt back, Pantheon kommt jetzt. Ja, nicht back Team. Aber Ulti ist raus. Ulti ist raus von Pantheon. Mal Pantheon, oder was? Ja, Ulti ist raus. Du kannst den Dragon abgauen, V-Gustiger. Ja, gleich, mach kurz. Ja, ne, ok, mach Dragon. Den ist top. Also wenn ich die wär, würd ich mich abfacken, die jetzt zu verlieren. Hallo, das ist mein Proton. Ja, ey. Wir kommen jetzt langsam wieder ran mit Items. Das ist das Schöne, man. Fuckin' Krug ist Föro wert. Ne? Ey, Mark. Ja, hier ist einer. Ach. I eat an Orange in every... Ey. Nein! Ich hab mich verkalkuliert. Du kannst rechnen? Eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist es mir deswegen... Was ist Kalk? Das hat irgendwas mit Kalk zu tun? Kalkwissenschaftler. Da ist... Garen. Nein! Jetzt muss ich mir auch E.E. kaufen. Komm back da. Braucht jemand irgendwo Hilfe? Komm back, Luina. Ich komm schon weg. Ich kann shoppen helfen. Ja, einfach ein großes Botlin jetzt haben. Komm, 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 komm. Komm, drauf, drauf. Nein, nicht drauf. Das sind alle klar. Was soll ich mir jetzt nächstes Item kaufen? Das du. Ähm. Wurst. Keine Ahnung. Lote für Warmer. Äh, ja. Oder Sunfire Cave. Ach, stimmt. Sunfire Cave. Du brauchst Rüstung. Bedingt kommst du euch auf der Top-Lane. Gibt's da aber auch die Midlane pushen? Pusht auf hier die Midlane. Es macht keinen Sinn, dass wir hier oben alles sind. Okay. Oh, oh. Ich hab jemand gefunden. Und da kommen jetzt noch mehr. Rette sich wer kann. Ich wieder, Sturelias. Einfach rette sich wer kann. Und ich versuch dann hier den Inhibitor zu pushen. Okay. Jetzt, wenn ihr nicht stark davon aussitzt, ist das okay. Ja, ist okay. Wir können die killen. Wir können die killen. Wir können die killen. Wir können die killen. Wega killen. Dabei. Nächster. 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 Future versucht ja zu stehlen. Nein, nein. Ich will nur einen Assist haben. Nee. Nee, Kollege. Du bist Ignited, Sprach Freund. Und jetzt kriegt der X-In auch von mir Schaden. Bam! Junge. Komm 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 auf die Mumie Ah warte Tower Tower Tower, schau auf die Mumie Das ist toll wie die Schlaz hängt Ja schön Aber die Tower, weißt du du musst raus wegen, du musst raus Tower, finish, 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 finish Okay Easy, was ist los? Warte ich tank Ich weiß gar nicht, du musst von Anfang an das Wege Komm komm komm, nächste Tower Tower, Tower Ich tank Was ist ein Spiel, Junge Ja Ja Los, du tankst mit der nächsten Tower Immerhin mit der nächsten Tower Ich kann nicht da Doch, du kennst mich, ich hiel Alter, hielme Bück dich ins Knie Na gut, dann tank ich halt, Devo heal mich Nein, ich hiel mich an den Creeps, okay, kill die Creeps nicht Und finish denn da, nächstes Ja, wir können finishen Ich nehme es um die wirkliche Liedkarte Was ist Spiel? Ja, äh, wir haben gewonnen Völlig erwartet Natürlich völlig erwartet Ich würde sagen Ja Tschö Dankeschön Revo, dass du mit uns spielst Ich habe gehört, dass du auch im Stream Ja, ich habe auch im Stream Ja? Wie heißt der denn? 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 RevRefQQ Das freut mich, schön, dass du mich gespielt hast Genau da unten steht er Ja, bis zum nächsten Spiel Genau da unten, genau unter mir Hier unten steht er, unter dem Weiter Oder drüber oder so Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal Tschö Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.